Willkommen zurück, Leute, zum zweiten Part unseres neuen Let's Plays. Im ersten Part haben wir ja schon die ersten drei Level gespielt. Und jetzt geht's mit dem vierten weiter. Schneebedeckter Berg 1. Daniel natürlich auch wieder dabei. Jo, hallo! Yeah. So, ich wechsle mal den Charakter. Ich bin jetzt chill. Und ich bin jetzt in der, ja, ersten Runde mal Parker. Okay, der Parker, der gute alte Parker. Ähm, Waffen. Oh, ich hab jetzt einen... Ja. ...leichten Griff, äh, weiß gar nicht, was das jetzt für eine Waffe ist. Ermöglich höhere Präzision. Hast du die auch bekommen? Äh, welche? Ich weiß nicht, die heißt so leichter Griff. M4 0 A1, leichter Griff. Äh, ach so, ja, ja, die hab ich ja auch. Nimmst du die mit? Äh, ob ich die mitnehme? Äh, ne, 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 ich nimm die Python mit. Ich nehm die mal mit und wechsle dafür mal eine Handfeuerwaffe aus. Ich wär soweit bereit. Du bist bereit? Okay. Warte. Ich auch. Ja, nur kein Stress. So, Start. Ja, der letzte Pack ging ja irgendwie 35 Minuten oder so. Wie schnell die Zeit vergeht. Hm, das stimmt echt. Ja. So. So. Oh, bei nem Schnee bedeckten... So, mal schon, was das ist denn das jetzt für ne Waffe. Okay, die hat ein Zielfernrohr. Hier, wo bist denn du? Wo bist du? So, wie zumpft man hier? Warte mal. Ja. Äh, rassier dich mal. Äh, äh. Äh. Oh. Ich beobachte dich. Ah, ja. Ach, Schatz. So. Aber nicht durch. Na dann. Gehen wir mal weiter. Wollen wir los? Okay. Wow. Natürlich immer nach den Symbolen auf Ausschau halten. Jo. Oh je, ich hab irgendwie schon ein schlechtes Gefühl in dieser Ecke. Okay, es gibt nen linken und nen rechten Weg. Welchen nimmst du? Äh, ich nimm hier den linken. Okay. Lol, hier ist irgendwie noch nix. Oh! Da kommt einer! Oh! Lol. Ich seh dich. Ey. Scheiße. Okay, die sind auch Level 4. Genau wie wir. Deshalb ist Vorsicht geboten. Bei mir kommen sie auch! Nein. Tut mir leid, Hundi! Scheiße! Scheiße, mein Ding ist leer. Wow! Das war knapp. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ah, wer ist hinter dir? Wow, gut gemacht, danke. Okay. Am besten wir bleiben in Zukunft immer zusammen. Ja, ist vorsichtig. So, links oder rechts? Wir wollen natürlich nix verpassen. Ja, ja, gehen wir mal rechts. Kann man da... Okay, ich glaub, da kann man nicht mehr zurück. Deshalb lass uns mal links gehen. Äh, dann gehen wir erst mal links gucken. Vielleicht kann man sich da auch von beiden Seiten aufteilen, wer weiß. Ja. Äh, hallo, wo land ich? Ah! Undi! Okay, der rechte Weg war wahrscheinlich das... Oh, ein großer! Also wurde ich jetzt geheilt. Äh, dank mir, ich hab so ne Fähigkeit, glaub ich. Scheiße! Ein kleiner Hund. Tut mir leid, Jufi. Oh, wer arme. Loll und... Ja. Okay. Oh, da steht ein Kraut. Yeah, ja, ja. Hätten wir den rechten Weg genommen, wären wir da runtergekommen. Okay. Das war, glaub ich, der sichere. Ja. Aber naja, wir wollen ja alle Gegner töten, also von daher. In der Tat. Oh, oi, oi. Mein Scharfstützengewehr. Oh, scheiße, der Teere. Ich glaub, ich hab ihn erwischt. Ja, hast beide erwischt. Gut, so. Ich hab das Gefühl... Oh, hinter uns, hinter uns. Was, was, was? Warte, warte, nicht schießen. Ich hab, ich hab... Okay. Nice. Yay. Wie kommt man denn da rüber, frage ich es nicht. Kann man da laufen? Wo willst du hin? Ah, so. Spring. Ja, ja, hier ein paar Sachen einstecken. So, ich hoffe, wir verpassen hier keine Symbole. Ja. Haben wir irgendwas, denen, oder? Ja, hoffentlich nicht. Können weiter, glaub ich. Hm. 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 Die BOW-Falle sind bei diesen Wölfen ganz gut, denn die werden da angelockt. Na, ich geh mal schon mal runter. Okay, ich... So, ne, ich lad erst mal nach. Ich bleib mit der Sniper da oben und halt dir etwas den Rücken frei. Wo sind denn die? Hier ist noch niemand. Komm, die erst, wenn ich runterkomme. Na, warte noch. Ich geh mal rund. Ah, hier ist Kraut. Ja, ich glaub es. Okay, ich werd geht's wohnen. Gut. Das ist mal nicht schnell. Oh, oh, oh. Wo denn? Was? Überall. Ah. Oh. Hinter dir. Achtung. Oh, scheiße, was geh ich hier ab? Ah. Ach, der neben mir ist auch einer. Scheiße. Wow. Es gibt... Ach, du lieber Gott. Okay, die bewegen sich zum Glück kaum. Deshalb sind sie für mich ein leichtes... Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, gut. So, den stechen wir mal ab. Oh, ein Schlüssel. Wow. Oh, da, guck mal, da ist unser Kugelfisch. Oh, ich will das Waffen bringen. Oh, der Liebe. Oh, ja, das wird das Maskottchen von Max. Neul, das tut dem kaum, was ich... Ne, die Waffe wechseln. So. Treff ich den eigentlich immer? Der ist gleich da unten. Oh, lol. Hallo, stirbt. Gut. Äh... Unser Kugelfischfreund. Ob es denn in jedem Level gibt? Ich glaube, ja, dass es irgendeine... Ne, so Waffe hat... Ich glaube, die Waffe... Gäste, da kommen die Waffen her. Okay. Oh, schade, kann man nicht kaputt machen. Mw. Na dann. Drücken wir vor. Ja. Los, 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 los. Okay, immer auch nach hinten schauen. Stimmt. Lauf du vor, dann... Äh, okay. Äh, lol, was ist denn hier? Ach ja, der Schlüssel. Bist du hier noch was? Äh, lol, was ist denn hier? Na, nix. Im Hauptspiel war da so ein Handabdruck versteckt, den man per Scanner einscannen konnte. Okay, aber wo sind denn diese, ähm, wie nennt man das, diese Schilder da, Platten? Hm, hab' ich keins gesehen. Das wundert mich ein bisschen. Ja, wir haben bestimmt schon eins verpasst. Oh, oh. Ah, ne. Na, was, alles ruhig? Oh Gott. Ah, ist das wieder... Ach, da muss man bestimmt gleich runter. Ey, ob du open bleiben kannst? Na, hoffentlich. Warte, ich geh mal hier den Weg. Warte, ich komm auch mal noch ein bisschen mit, denn... Jaja. ...habe ich eine bessere Sicht. Ach, mein Lieber Gott. Hier ist was los. Okay, jetzt warte ich mal hier. Ah, hier ist eine Kiste. Zwei Kisten, was da wohl drin ist. Hm. Ah, für die Python. Naja. Laden wir mal auf. So, ich geh da mal runter. Ja. Hoffentlich kommen sie dieses Mal. Siehst du schon was? Nein. Ach, das haben die Entwickler geschickt eingefädelt. Ah, shit, du musst drunter. Oh, Mann. Oh, hier, Mobition. Ach, nee. Von Wodi wohl gleich kommen. Ich mach mir Sorgen. Lass uns in der Mitte rücken an rücken gehen. Äh. Oh, sch. Oh. Boah. Ah, cool. Der hat uns eins fallen lassen. Okay, ich werf mal eine BOW-Falle. Äh. Jo. Ach. Naja. Das, obwohl, hat doch geklappt. Oh, scheiß Schuld. Oh, oh. Die Leute, die leben ja alle. Oh, erwischt. Oh, shit. Ey, bleib stehen. Oh, shit, die Waffe ist leer. Kleiner Hund. Okay, das war zum Grill. Ähm. Oh, der kleine Arme. Oh, Mann, der Arme. Äh. Tut mir voll leid. Na, ist zum Glück nur ein Spiel. Ja, da hast du recht. Äh, gucken wir uns um. Naja. Irgendwie... Einfach, das ist da oben? Ne. Da muss doch irgendwo ein Symbol versteckt sein. Irgendwie mysteriös. Ja, ich hab eins durch ein Monster durch die Fähigkeit gekriegt. Oh, ohne Schlüssel käme man da natürlich nicht durch. Das ist ein unüberwindbares Hindernis. In der Tat. Dann öffnen wir es. Oh, eine goldene Leiter. Was geht ab? Wow. Jetzt kommen wir in den Himmel. Oh. Ich komm ganz hoch. Ah, jetzt. Ah. Schädel ist so dick und versperrt alles. So, was geht hier ab? Oh, ich brauch dich. Warte mal kurz. Umdrehen. Ne, da ist nix. Schade. Ja, ja, ich komme. Ja. Die Frau muss schwer lupfen. Oh, mein Kreuz. Aber wir haben es jetzt schon. Guck mal. Neu, was? Ah, warte, warte. So, Moment. Kann man hier noch irgendwie... Ne, ne? Kann man nicht, oder? Ja, ich schau mir jetzt hier noch die Siedlung an. Ach, schade, dass ich hier nix mehr finde. Ne, wir haben gar keins außer das vom Monster, glaube ich. Ne. Das ist ja mal interessant. Aber der Kugel vielleicht war... So, versuchen wir es nochmal zusammen. Ja. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Nimm das, Parker. Okay, oh, lol. Das mag nicht schlecht. Ja, und bis sie und vier wäre schon mal erledigt. Nicht schlecht. Mal schauen. Mal sehen, was wir kriegen. Hey, ich habe A gekriegt, du B. Warum? Lol. Ähm. Das weiß ich nicht. Okay. Ähm. Na, ich habe mehr Schaden erledigt. Okay. Oh, cool. Oh, cool. Eine neue Waffe mit. Ja, ich mit meinem Pussy Scharfschützengewehr natürlich. So, dann wechsle ich auch wieder den Charakter gleich. Neun haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Hm. Und wen nimmst du? Hm, mal schon. Ich bin jetzt wieder der Chris. Chris, wen hatte ich denn noch nicht? Ich, äh, wie spricht man das aus? Kite, gell? Äh. Der mit den Hosen. Naja. Den hier halt. Äh. Die Hose sind immer noch voll. So. Äh. Ah ja, das ist Levin, ne? Auf Stufe 5 noch. Ah ja. Guter Vorschlag. Ich habe wieder die Waffe geändert und... Ah. Um durchzuwechseln. So schade. Oh ja, abwurzelt so Waffe. Ich muss auch mal ändern lassen. Ja, ich bin hier eh noch beschäftigt. Äh, welchen nehme ich denn jetzt mit? Wo ist denn mein anderer, Mann? Okay, hey, ich habe eine coole Fähigkeit. Ihr Partner regeneriert Gesundheit, wenn er maximal zwei Meter von Ihnen entfernt ist. Cool, die habe ich auch. Oh. Gut, ich kann bereits... Ah, ne, ist immer noch Stufe 4. Okay. Ach, das da oben ist die Gesamtzeit, oder was? Ach ja, mit den da vorgespielten. Wir hatten ja eins bis drei mal gehabt. Äh... Oh, Gästekabine. Oh, dann. Ach, das kann ja was werden. Jetzt geht's richtig los. Bereit? Jo. Ich bin schon gespannt. Ja. Was uns da jetzt wohl erwartet. Ja. Ob wir da wie Gäste behandelt werden, ich weiß ja nicht. Oh ja. Da bin ich auch mal gespannt. Normal müssten sie ja alle freundlich sein. Ja. Und uns wie Könige behandeln. So. Okay, die Zeit ist krass. Äh, es stinkt immer noch. Äh... Hier, komm mal da rein. Worein, was? Hier, in die Tür. Ah. Nee, falsch. Hey, ich komm da nicht rein. Hä? Ich komm da auch nicht mehr raus. Ah, doch. Ach, hä? Ach, man kann nur allein? Also, geh du mal. Nee, das geht. So, hier, putz dir jetzt mal den. Ist hier irgendwas gewesen? Nee, ich hab nicht geschaut. Na, hier kann man auch nichts machen im Moment. Hm, die Badewanne. Die ist schon leer. Oh, 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 ich hab... Ah, nee. Hm. Im Hauptspiel, glaub ich, ist hier einer gekommen. Ja, im Schrank drin. Ah, die Funktion haben sie ausgeschaltet. Ja. Schon alles vorgefertigt. Das ist aber nett. So, ey, ich würd's dir lieber zu schrot. Ah. Hä? Kein Gewicht mehr. Du, ich höre einen. Echt? Ja, ich höre da... Ah, ja, 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 bei mir! Ach, nix. Scheiße, die sind Level 5. Okay. Ist da drin, was? Ah, wach zu. Ja. Gut gemacht. Aber echt, guck mich, dass mit dem anderen Level so keins gefunden haben. Ah, das macht mir Gedanken. Ah, da bist du. Du, die Tür geht nicht auf. Wo bist du? Ja, ich bin... Ja, das Blöde! Ah, altmodische... Wand. Gegen was kämpfst du? Gegen die Wand, ey, so altmodisch. Zäh. Lol. Oh, oh. Opfer, ich opfere mich. Ja, ja, geh vor. Hey, da kriegt hier einer. Hallo. Och. Ich kann mich erst mal nett begrüßen. Oh, oh. Yeah. Oh nein. Hilf mir. Yeah. Hast du gut gemacht. Äh, danke. Ja, nix, nix übersehen. Immer schön. Oh, ach so, das bist du. Ich dachte gerade schon. Ich glaube hier... Oh, steht jetzt, hab ich eins verschwendet. Mist. Ah, warte, auf der... Naja, an der Decke hängt auch, glaube ich, nix. Gute... Nee. Wäre aber ein gutes Versteck. Ey, wo bist du jetzt hingeklitscht? Was? Wo bist du denn? Ach, du bist schon im nächsten Raum? Jo. Ist abgehauen. Okay, kannst du ihn schlagen. Oh, ja, stimmt. Na, ich glaube... Ah! Ich hab geschlafen. Was ist denn? Bist du tot? Nee. Nee. Aber man hat mich angetreten. Halte durch. Warum lebt denn der immer noch? Was ist denn mit dem? Oh. Mein Gott. Hä? Hey, was? Warum stirbt der Typ nicht? Ich weiß nicht. Irgendwas war hier gerade komisch. So, wo bist du? Ich bin dir hinterher am Laufen. Ich bin... Ah, okay. Okay. Beruhigen wir uns. Das ist ja schon wie in einem Labyrinth hier. Ja. So, äh... Rechts geht's hier rein? Oh ja, hier geht's rein. Ah, hier hat man ne Karte gewirbensons. Äh... Äh... Boah! Was ist das? Was? Was ist... Ah, hier! Ach du Shit. Was ist das? Oh mein Gott! Ich hab ihn mal geangelt. Okay. Gut. So, jetzt. Auf einschlagen. Boah, guck mal wie fett der ist. Äh, wie riesig. Ach du Shit. Warte, ich werfe auch noch meine Bombe. Okay. Achtung, im Deck. Oh. Schlagen. Ah. Lol. Geil. Komm, wir stechen ihn ab. Mit der Doppelklinge. Yay. Nice. Am besten war der, der eben nicht sterben wollte. Ja, aber so frech. Äh... Warte mal, da kam er her, ne? Ja, ja. Oh, behalte das Gitter da oben im Auge. Gitter, Gitter? Oberdie... Das sieht verdächtig aus. Ach so, oh. Kommt dann schon nix. Oh, naja, nochmal gucken. Oh, hallo. Oh, der Speisesaal. Naja, hier würde ich nicht essen. Nö, ich auch nicht. Besonders nicht mit dem Fui-Kir. Boah, was war das? Achtung! Was ist? Ach, du lieber Gott, wo kommst du näher? Oh mein Gott. Stirb! Ach, da oben, ne? Der ist ein Schafschütze. Echt? Okay, ich bin Gott sei Dank auch ein Schafschütze, deshalb... ...beschützen wir mal. Oh, stirb doch! Ey, hier ist auch noch ein Schwert, Heini. Loil, der Kleine geht grad ab. Wo ist ein Schafschütze? Der ist hier. Ach, ein Schwerttypen, meinst du? Ach, so, Schwert. Ich hab mich verguckt. Ich hab gedacht, das wäre ein Schafschütze. Ach so. Pass auf! Hallo, ich hab die Waffe doch angetippt. So. Gut gemacht. Auf Wiedersehen. Okay, ne, hier geht's rein. Na, lass lass uns mal hier umgucken, oben, oder? Ah, hier ist noch einer. Echt? Bist du schon weg? Ja, ja, da ist aber nur so ein Bonus drauf gewesen. Warte mal auf mich. Ja, ich sehe hier schon einen großen Verteidigungstyp. Ich brauche jetzt sogar Hilfe, glaube ich. Ich komme. Boah, hier ist so ein Fettwanz. Äh, ich seh, ich seh euch. Äh, stirb. Oh mein Gott, hier mit stirbt der irgendwie nicht. Ah, warte mal auf. Achtung. Hinter mir ist aber nix, ne? Ne, ich, ja, ich bin hinter dir. Ach gut. Ah, hier ist ne Tür. Ja, hier ist der richtige Weg. Ah, und du warst in nem Bonus, na? Ja, da hab ich ne Granate gefunden, also, falls du die auch willst. Oh, cool. Äh, na, ich weiß nicht, nochmal zurück. Ja, ne. Wir brauchen jetzt eben Schluß. Oh, da, du hast recht, aber es war in nem anderen Raum. Der ist grad aus Gitter gekommen. Okay. Boah. Ich hab ne Granate, lohnt es sich jetzt die Einfluss? Naja, glaub nicht. Bei mehreren dann. Na, ach, guck mal das. Yay. Oh, hier kriegt noch einer. Ich bring mir jetzt auch mal die Schuze. Oh. Auf den schlagen wir einfach ein. Ja. Oh, oh. Was ist? Schmerz-Typen. Ah, jetzt, glaub ich, würde es sich lohnen. Aha. Yay. Ich mach erst mal den hier. Na, du hast ihn schon. Gut. Der hier. Ist auch tot. Schlüssel. Gut gemacht. Dann mach mal auf. Yay. Schon weiter. Ah, da ist er ja. Okay. Cool, gehst du mal vor? Ja, ja. Kann ich machen. Okay, ich zieg schon. Warte, ich lad noch nach. Oh, guck mal das Schiff hier auf dem Bild. Oh. 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 Hat auf Google Bilder ausgedruckt. Dann da hingeklebt. Oh, okay. Ähm. Okay. Wahrscheinlich nicht mal. Ja, ja. Okay, noch ist alles ruhig. Wetten, dass hier jetzt einer aus der... Oh. Oh. Wow. Lol. Stirb, Freund. Oh, jetzt ist er gerade zurückgestoßen, dass ich... So. Mann. Schon zum zweiten Mal nicht getroffen. Wir haben ihn. Okay, geradeaus oder... Ja, ich glaube, geradeaus ist Bonus. Ah, okay. Hoffen wir mal. Ja. Wenn nicht, gehen wir eh zurück. Was gibt's denn hier? Ähm, Munition. Oh, Schrotgewehr. Ah ja, da war das Gewehr im Originalspiel. Ah, stimmt. Gucken wir uns noch um. Wenn nicht, ist hier noch ein... Ah, nee. Scheint nicht so. Mann, die sind aber heute wieder spaßig. Oh je, geh du mal vor. Okay, okay. Shit. Wo bist du? Ah, da. Ich steh hier. Oh mein Gott. Ich geh hier lang. Ah, warte, warte, hier hab ich was. Ja, 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 ja. Wo? Schrotgewehr Munition ist da drin. Lol. Das ist gut. Ja. Aber mir war's Maschinengewehr. Okay, lol. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Ah, ich geh mal hier rum. Ja. Ah, Kleiner. Willst du spielen? Ich denk schon. Ah! Oh, das, was der unter Spielen versteht. Ja. Wahrscheinlich uns auffressen. Naja. Wahrscheinlich. Zu spät, Kleiner. Oh, wo kommen denn die her? Der kam aus dem... Ach, du... Ah, da. Bitchi. Wo kommen die alle her? Ich weiß nicht. Aus dem Boden. Ach, du Scheiße. Nachladen. Ja, krieg ihn. Ah, jetzt kann man... Ah, nee. Boah. Nice. Ah, jetzt. Bam. Nice. Okay, ich glaub hier war das Klo. Noch ein Klo. Noch ein Klo? Na dann, lass mal Klo. No, ist hier jemand? Ey, nicht stören! Ich muss hier Gott kacken. Ja, Entschuldigung. Ach, nee. Hehehe. Oh, aber Chris muss auch mal kacken. Ah. So, ey. So, ey. Versammt, meine Kacke hat das hier kaputt gemacht. Oh. Ha, 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 ha. Mein Gott, was hast du denn für... Ich war so hässlich, als dass der Spiegel zerbrochen ist. Oh, shit. Ja, der andere von mir. Oh, Gott. Oh mein Gott, wie sehen wir denn auch aus? Das ist mal so ein Schönheitschirurg. Oh, was ist hier los? Ah, ja. Da ist wohl Nachschub gekommen. Ja, wahrscheinlich auch wieder aus dem Boden. Und ich kopf jetzt nicht wieder einer von hinten, ey. Ob die alle das Klo suchen? Ja, ihr könnt ja vorbeigehen. Ey, Leute, was ist mit dem? Na, warte. Komm, stirb! Schieß! Oder so. Yay, wir haben Schlüssel. Wer hat da natürlich den Schlüssel? Yay. Oh, oh. Oh, der wird uns vorgegangen. Da kommt bestimmt jetzt wieder einer raus, oder? Nee, aus dem Zweifel. Links ist Bonus, glaube ich. Ja, das ist Bonus. Okay. Hä, wo bist denn du lang? Hier, links, in den linken Weg. Nein, nein. Ach, du siehst mich? Ist er da? Ich sehe deinen Namen. Loll? Den habe ich gar nicht gesehen, den Raum. Hier, willst du Fernseher schauen, oder? Oh. Oh, schauen wir mal. Loll, was für ein Bild. Was klebt da drauf? Zeitungs? Nee. Äh? Oh, leider kann man ihn nicht kaputt machen. Ich frage mich, was da drauf kleben soll. Oh, da klebt was? Ja, nee. Ja, da ist doch sowas dran. Hier, der kacht oder so. Hier. Hä? Ne kacht? Im Raum, oder wo? Nein, nein, am Fernseher. Oh, ich habe unseren Freund gefunden. Wo? Der ist auf dem Klo, der Kugelfisch. Immer auf dem Klo, okay, dann ist es bestätigt, der Kugelfisch ist in jedem Level einmal versteckt. Sterb kleiner, tut uns leid, aber du bist der Bonus. Ja, bro. Oh, hier. Oh, kacken, ah. Oh mein Gott. Am Ende vom Let's Play. Das ist wieder gerichtest. Ja, putz das. Du bist mit Putzen dran. Äh, nix putzen, du putzen. Okay. Nee, das Schiff sinkt eh bald oder so. Oh, hier. Ponte. Ja. Sehr informativ. Was ist das? Keine Ahnung, bin kein Zimmer. Hey, hier ist schon mal das Ziel. Ah, okay, dann. Ah, das ist noch offen. Oh, hier. So, ich schlaf jetzt mal, bin müde. Ist hier sonst noch was? Das, 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 siehst du. Strom verschwenden. Das Licht brennt den ganzen Tag so sinnlos. Und das hier auch. Hey, ich habe einen Zahn gefunden neben dem Schrank. Cool. Geil. Aber gut gemacht. Ja. Ich habe auch kein Gegner mehr kommt im Moment. Scheint nicht so zu sein, aber naja. Na dann. So versuchen das wieder gemeinsam. Klappt wahrscheinlich eh nicht. Okay. Machst du den Countdown? Nein, nein, wir beide versuchen es wieder. Okay. Drei. Wieder ein Haus. Moment. Ja. Hallo? Warte, warte, warte. Was ist das? Was ist das für ein Gesicht, Mann? Ich sehe es ja leider nicht. So, ich schiebe den einen. Entschuldigung. Okay, dann sind wir fertig. Ich sollte den Beruf wechseln. Lol. Na ja. Im Pfad würde ich es sehen. Ja. Ach du lieber. Gott, ich habe ein Zeh. Oh, ich habe B gekriegt. Ich weiß nicht, warum werde ich ihn mal besser bewertet. Aber wir haben wieder alle Gegner. Ja, Stufe 5. Ja, ich auch. Yeah. Oh. Nehmen wir den Massen. Nein, nehme ich natürlich gerne. Oh. Das Gesicht schon. Ey, neues Outfit habe ich gekriegt. Cool. Für Parker. Cool, cool. Ey, und ein neuer Charakter. Was geht denn? Hast du denn auch gedacht? Ja. Ja. So, wir haben jetzt Level 5 gespielt. Okay, dann gucken wir uns vielleicht auch mal die Charakter an. Ja. Ja, im nächsten Part, da haben wir dann Zeit, die neuen Charakter auszuwählen und halt auch zu spielen. Ja, und wir hoffen, dass euch dieser Part auch gefallen hat und hoffen natürlich, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn es ab in den Raubzug-Modus geht. Ja, da hat er vollkommen recht. Hat heute wieder Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen euch natürlich auch und dann sehen wir uns bald. Ja, ciao Leute. Ciao, Leute.